Was haben wir hier? Bluecar Carbone Holder. Aus China. Und was ist da alles drin? Schauen wir mal. Aha, hier haben wir Bluecar. Den zum Halten. Tolle Sache. Hier drin haben wir zum Montieren. Der klebt man es auf. Hier haben wir Firmiprespa Locking. Und hier haben wir noch einmal Lock. Da kann man da schön montieren. Das Ganze. Und eine Betriebsanleitung gibt es natürlich auch. Da haben wir hier unten drin. User Guide. Ohne das geht das natürlich gar nicht. So kennt man sie näher aus. Tolle Sache. Alles da. Da haben wir hier nicht Geld.